RISING WORLD 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 RISINGPatron RISING WORLD So, Eisen, Kupfer, alles dabei, noch ein bisschen Gold, Eisen ist oben, Kupfer ist unten, man kann es farblich eigentlich auch ganz gut unterscheiden, hier packen wir Silber hin, hier packen wir erstmal Kohle hin, Gold alleine für sich und Wolfram alleine für sich und hier noch ein bisschen Sand. Und schwuppdiwupp haben wir eigentlich alle Rohstoffe schon ganz gut strukturiert, hier ist noch etwas Stein, das packen wir wieder auf diese Seite, ne da natürlich nicht hin, sondern auf die 1. Stein, welchen wir gleich noch brauchen, so, jetzt haben wir das auch drin, wohl eigentlich können wir schon wieder Stein, so ein bisschen Stein rausnehmen, ich wollte erstmal gucken, wie viel wir überhaupt haben. Den Kies müssen wir natürlich auch noch platzieren, man vergisst immer so schnell diese Sachen, so Kleinigkeiten vergisst man dann schnell. Also nehmen wir einfach mal dreimal Stein da raus oder vier, fünfmal und jetzt auch jede Menge Eisen, Gold würde ich auch sehr gerne rausnehmen und wenn ich mir das hier angucke, wie unser Rohstoffreichtum hier gewachsen ist, dann kommt mir unser Brennofen, der unten auf der Diele steht, doch etwas klein vor und mickrig. Wir nehmen die beiden Sachen erstmal mit, vielleicht auch noch Kupfer und werden jetzt nach und nach die Rohstoffe dann auch dort in den Ofen werfen, damit wir langsam aber sicher, was machen wir eigentlich mit den ganzen Fackelhaltern, die brauchen wir jetzt auch erstmal nicht, die können wir im Grunde genommen erstmal hier in unsere Allerweltstruhe werfen. Da ist schon so viel drin, ne, 1, 2, so, ach, lass uns erstmal hier reinpacken, damit wir jetzt endlich mal Platz haben. Wir brauchen die auch gar nicht so weit wegzustellen, die Fackelhalterung, denn die werden wir auf jeden Fall noch reichlich verwenden können. So, Stoff packen wir auch hier mal rein. Armbrust, wir haben zweimal Armbrust, meine Güte, es wird immer mehr hier. Unser Morgenstern behalten wir im Inventar, ich muss jetzt mal ganz kurz überlegen, was wir jetzt behalten und was nicht. Das Schwert hatten wir auch im Tempel gefunden und diese Streitachs, die es eigentlich ja gar nicht mehr gibt seit dem Upgrade, aber im Tempel ist sie halt noch vorhanden gewesen, wahrscheinlich auch deswegen, weil der Tempel noch aus der Zeit vor dem Upgrade stammt, weil der sich wahrscheinlich längst vorher schon generiert hat, bevor das Upgrade zustande gekommen ist. So, Stein, Stein, unser Ofen, den man übrigens sehr viel schneller bestücken kann, als ich das sonst gemacht habe. Wir, ich zeig das einfach mal, so, mit Rechtsklick, zack, alles mal rein. Ja, die Kohle hätten wir auch holen können, die hätten wir jetzt schön in den Ofen werfen können. Ich weiß gar nicht, wie viel Holz da noch drin ist, ich muss hier immer über diesen, über diese Werkbank hier steigen. So, Brennwert 39, also ein bisschen was ist noch drin, aber halt nicht mehr viel. So, machen wir den einfach mal an und holen bei der Gelegenheit ein bisschen Kohle von oben, damit das jetzt auch demnächst mal ein bisschen effektiver ist, denn dafür kann man natürlich Kohle sehr gut gebrauchen. Äh, ja, richtig war es? Kohle. Nehmen wir einfach mal ein Stack. Der wird hoffentlich sehr ergiebig sein, habe ich ja schon aus den Kommentaren gelesen, dass Kohle sehr viel effektiver ist als Holz. Und deswegen, vielleicht können wir das Holz auch besser sparen, indem wir das da wieder rausholen. Kann man das da auch rausholen? Können wir die Kohle denn jetzt schon da reinpacken, weil das Holz noch drin ist? Geht das? Geht sowas? Kann man das tun? Das geht jetzt irgendwie gar nicht. Wie kriege ich das Brennmaterial denn da wieder raus, wenn ich das raushaben will? Geht das überhaupt? Irgendwie geht es, glaube ich, nicht. Wir lassen das Holz erstmal verbrennen, ist ja auch egal. Auf jeden Fall... Oh, jetzt muss ich diese Sachen ja aber mal wegtun. Ständig hat man irgendwas in der Hand, was man gar nicht in der Hand haben will. So, unsere Gärten gedeihen. Übrigens schwebt der Stein hier so ein bisschen, kann das wohl sein? Schweben diese Steine? Das sah gerade fast so aus. Ich würde jetzt gerade drunter gucken, ich bücke mich gerade runter, das bringt natürlich nichts. Ein bisschen steht das über, aber was man hier sieht, oh wunderbar. Hier sind ja die ersten Sachen schon fertig. Das ist ja richtig cool. Kann man die schon mitnehmen? Nein, die sind noch nicht groß genug. Aber den Salat zum Beispiel, den könnten wir schon mitnehmen. Einmal Kopfsalat. Allerdings bekommen wir keine Setzlinge daraus. Dreimal Salat, Keimling und Kopfsalat. Man muss also immer diese Sichel auf jeden Fall mitnehmen und deswegen diesen Kopfsalat erden wir jetzt mal komplett ab und werden hier so ein bisschen mit den Salatkeimlingen dann wieder arbeiten, dass wir die wieder setzen. Wir fangen hier vorne mal an. Übrigens werde ich gleich auch noch mal eben was zu dem Abbau des Malwerkes sagen. Da habe ich nämlich auch Kommentare bekommen. Hätte ich auch selber drauf kommen können, man kann wirklich diese Geräte auch komplett abbauen. Ich habe einige Sachen hier abgerissen oder zerstört, weil ich gedacht habe, die kann man nicht auf konventionellem Wege abbauen. Aber das stimmt nicht, das ist durchaus möglich. Und das werden wir jetzt sehen, indem wir das Malwerk abbauen. Allerdings könnten wir bei der Gelegenheit auch noch mal eben ein paar Steine von oben holen. So, das packen wir mal eben weg. Sicher brauchen wir zunächst auch nicht mehr oder ist hier noch irgendwas anderes fertig. Sieht mir noch nicht. Einiges ist schon fertig, einiges noch nicht. Aber da wir im Moment keinen Hunger leiden, naja gut, jetzt zur Stunde vielleicht schon. Aber nicht wirklich Hunger leiden, das bedeutet in den Truhen haben wir auch noch einiges an Nahrungsmitteln da. Deswegen essen wir jetzt mal ein paar rohe Kartoffeln. Aber wo wir gerade am Thema roh sind, auch damit werden wir uns auf jeden Fall beschäftigen, denn wir werden nicht mehr so viele rohe Rohstoffe. Oh, die Bäume sind auch richtig cool gewachsen. Die Birken und die Tannen, alles ist hier richtig toll gewachsen. Die ersten Kirschen sind da, wunderbar. Was haben wir denn hier? Da ist noch nichts dran, aber auch das ist irgendein Baum, wo dann Obst dran wächst. Ich glaube, das ist ein Zitronenbaum. Ich bin mir nicht ganz sicher. Kann man das eigentlich irgendwie sehen? Also ich kann jetzt hier ja nicht erkennen, was das für ein Baum ist. Egal, welche Taste ich hier drücke, man sieht jetzt hier gar nichts. Auch mit Rechtsklick oder Linksklick sieht man nichts. Würde mich interessieren, ob es da irgendwo eine Taste gibt, mit der man auch erkennen kann, was das denn eigentlich für ein Baum ist, auf dem man zeigt. Jetzt gehen wir nochmal gerade hoch, holen die Steine, weil wir unseren Platz noch ein bisschen weiter auspflastern wollen. Jetzt auch gleichzeitig, wo der Brennofen hier zugange ist. Eisen brauchen wir nicht mitnehmen. Wo sind denn diese Steine, die wir verwendet haben? Da sind sie ja auch schon. Und bei der Gelegenheit, ähm, nein, also noch mehr möchte ich jetzt eigentlich nicht mitnehmen an Sachen. Wir haben im Moment ziemlich viel im Inventar und Mais haben wir noch da. Wasser müssen wir gleich vielleicht noch ein bisschen holen, aber auch in der Flasche ist noch einiges drin. Im Haus müssen wir natürlich auch auf Dauer noch weitermachen. So, wie sieht's aus? Brennt gut vor sich hin, wie gesagt. Und jetzt gucken wir mal, ob das wirklich stimmt, was in den Kommentaren stand. Es geht ja tatsächlich. Unglaublich. Wieso habe ich das denn selber nicht erkannt? Wenn man länger F drückt, dann geht es. Dann kann man diese Sachen abbauen. Schönen Dank für diese Hinweise. Die kamen gleich mehrmals. Zeigt dann mal wieder, wie doof der Fabi eigentlich ist, dass er selber nicht merkt. Aber so ist das halt. Gerade im Let's Play. Ich habe das ein paar Mal erwähnt. Let's Play ist Let's Play. Let's Play ist Vorführeffekt. Da ist man manchmal etwas ungeschickter als im wirklichen Spiel. Wenn man im wirklichen Spiel ist gut. Wenn man ungestört ist. So, jetzt haben wir das hier fast fertig. Und was mir so noch in den Sinn gekommen ist, bevor wir jetzt hier mit dem Malwerk weitermachen, Blockbank. Lassen wir mal eben zur Blockbank gehen. Mal ein paar Steine reinschmeißen. Steinziegel. Was war das denn? Sandstein war es natürlich nicht. Pflasterstein. Ich glaube, der ist es gewesen. Der war es, genau. Da brauchen wir gar nicht mehr so viel. Oder ich glaube, wir brauchen doch noch ein bisschen was. Wir wollen den Platz noch etwas größer machen. Der ist noch etwas zu klein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Wie viel haben wir? 46, 64, über 100 mit einem Schlag. Das ist doch wunderbar. Also wie gesagt, den Platz. Das müssen wir hier wegmachen. Mal eben so ein bisschen hier wegmachen. Den ganzen Kies. Auch einen Weg können wir natürlich auch sehr schön gestalten. So, ich gucke jetzt mal gerade rund ums Haus. Wie sollte das denn hier aussehen? Ich glaube, von der Breite her, links und rechts vom Haus gesehen, ist das schon okay. Was mir noch so ein bisschen fehlt. Oh, wir verdursten gleich. Das ist nicht so schön. Eben zwischendurch was trinken, bevor wir dann mal wieder zum See gehen und unsere Flasche auffüllen. Die ist jetzt auch leer. Flasche weg. Steine haben wir. Noch arbeitet unser Ofen. Man kann ihn fast von hier aus hören. Das Blöde an diesem Ofen ist immer so ein bisschen, dass... Du kannst dieses Objekt nicht aufheben. Hä? Was habe ich jetzt ge... Hä? Kann ich ja wohl. Haben wir doch gerade gesehen, dass es geht. So, Fackel. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich die hinstellen soll. Erstmal stelle ich die hier hin. So. Ist natürlich auch nicht endgültig, aber dass wir unseren Platz hier noch ein bisschen größer kriegen. Ich finde es schon schön, wenn wir hier so einen etwas großzügigen Platz haben. Ähm, und da das ja mit diesen Steinen so wunderbar geht und wir derzeit zugegebenermaßen wirklich viele, viele Steine haben. So, wie ist das hier? Einfach wegnehmen, genau. Das kann man einfach mit normalem Klick auf die Taste F, ganz kurz kann man das wegnehmen. Und unser Malwerk wird jetzt hier vorübergehend in der Ecke seinen Platz wieder finden. Aber auch diese Ecke wird nicht endgültig sein, denn da müssen wir auf Dauer auch noch... Jetzt steht die Fackel hier schon wieder falsch. Die muss schon wieder weg. Äh, wo stellen wir die denn jetzt mal hin? Und ein bisschen schräg stellen. So. Ein bisschen schräg und das Malwerk stellen wir jetzt hier einfach an den Rand. Vorübergehend. Wir wissen ja jetzt, dass wir es abbauen können. So, mit Raster sieht es dann noch ein bisschen akkurater aus. Ich gucke gerade mal, wie wir das am besten setzen. Das Platzieren dauert auch ziemlich lange. Finde ich von so einem Malwerk. Hier kann man, glaube ich, auch ganz gut in die Runde laufen. Auch wenn wir jetzt teilweise immer von unserem Platz... Ne, warte mal. Wir können sogar draufbleiben. Ja, geht. Ja, geht. Wie gesagt, ist nur vorübergehend. Was ich eigentlich eben erzählen wollte, war, man kann natürlich an diesem Platz auch noch eine schöne Umrandung vielleicht anbauen. Das gucken wir uns dann auch nochmal an, dass es alles optisch noch ein bisschen schöner aussieht. So ein harter Rand sieht dann doch nicht ganz so toll aus. Und vielleicht können wir auch mit Zäunen arbeiten. Den ersten Gedanken, den ich hatte... Ach, jetzt ist der Brennstoff alle, oder was? Brennstoff des Ofens ist alle. Nichts mehr drin. Dann können wir unsere Kohle jetzt zum Einsatz bringen. Warte mal, wie machen wir das denn nochmal? Wie kriegen wir jetzt nochmal da rein? Wie kriegen wir die Kohle jetzt da rein? Wie geht denn das nochmal? Wie können wir die Kohle da reinpacken? Wieso kann ich das jetzt gerade nicht? Öffnen. Ach. Und da sieht man, wie effektiv Kohle ist. Unglaublich effektiv. Wesentlich effektiver als Holz. Wenn ich überlege, was ich hier an Holz reingedonnert habe. Ich kann jetzt immer weitermachen, auch wenn das voll ist, ne? Wir wollen natürlich nichts verschwenden. Aber jetzt brennt der Ofen wieder. Den machen wir selbstverständlich. Obwohl, den können wir jetzt auch erstmal brennen lassen. Ist ja egal. Wir füllen das Rohr wieder nach. Und mit unseren eisernen Stahlhänden, die in jede Hitze auch 1000 Grad greifen können, holen wir uns unser Eisen sehr schnell da raus. Lassen das Ding einfach durchbrennen. Wir haben es ja. Und ich würde jetzt gerne einfach mal Gold da reinpacken. Das wären dann nämlich unsere ersten Goldbarren. Ist doch eine feine Sache. Unsere ersten Goldbarren hier zu haben. Wer weiß, was man daraus alles machen kann. Wir gucken uns das alles an. Vor allen Dingen das Waffenthema müssen wir näher beleuchten. Aber das können wir natürlich erst, wenn wir auch reichlich geeignete Rohstoffe haben. Während der Ofen jetzt weiter brennt. Wir müssen die Zeit immer so ein bisschen überbrücken. Wir könnten jetzt entweder schlafen gehen. Es wird ja jetzt auch dunkel. Wieso renne ich hier eigentlich mit der Axt rum? Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Erstmal hier unten rein. Salatköpfe. Essen brauchen wir im Moment nicht. Was ich gerne ausprobieren würde. Wie gesagt, Steine haben wir reichlich da. Und es wäre total cool, wenn wir jetzt eine schöne Umrandung für unseren Platz finden könnten. Wo wir nachher, wie gesagt, vielleicht auch einen Zaun aufstellen. Das ist ein total schöner Stein. Und ich hatte da an runde Elemente gedacht. So was hier. Da ich ein Freund von Kontrasten bin. Das habe ich öfter erwähnt. Wir stellen einfach mal zwei von den Dingern her. Zwei Zylinder. Diese runden Zylinder. Die gefallen mir richtig gut. Jetzt wird es allerdings auch dunkel. Jetzt sieht man gar nicht mehr so viel. Wie sieht das aus? Kann man das so lassen? Ist halt ein bisschen heller als das andere. Ich glaube, bei Tag wirkt das noch etwas besser. Denn das ist schon um einiges heller als die anderen Steine, die wir da gesetzt haben. Diese Treppe ist mir auch so ein bisschen schmal. Ich weiß auch nicht, ob wir da vielleicht auf Dauer nochmal rangehen und die ein bisschen breiter machen. Also ich habe die jetzt erstmal relativ schnell fertig gemacht, damit man nach oben laufen kann. Aber so ganz das Gelbe vom Ei ist diese Treppe auch noch nicht. Denke ich. Deswegen einfach nochmal runter. So, jetzt wird es Tag. Unser Gold schmort im Ofen, wie sich es gehört. Und wir, genau, wir gucken mal mit diesen Zylindern. Die Sonne scheint da jetzt gerade so ein bisschen drauf. Die morgendliche Sonne. Und auch sehr schön hier hinten mit dem Wald. Also, dass ich hier schon mit der Sense so ein bisschen gearbeitet habe. Also, wenn man jetzt hier ohne dieses Gestrüpp durchläuft, dann kommt einem der Wald gar nicht mehr so weit entfernt vor. Was ist denn da hinten? Oh, ich habe mich gerade voll erschrocken. Oh, ja, das Jagdfieber bricht aus. Das Jagdfieber bricht aus. Ich sage dir das. Ein Elch. Wir müssen auch nochmal einen Elch erlegen, ne? Wollen wir das jetzt machen? Oder wollen wir damit noch warten? Wollen wir einfach mal einen Elch erlegen? Ob das wohl funktioniert? Zwischendurch so als Abwechslung? Komm, wir tasten uns mal an den Elch ran. Ich mache hier noch so ein bisschen zwischendurch hier das Gemüse weg. Jedenfalls so teilweise. Das muss sowieso alles auf Dauer weg. Das stört mich hier immens. Habe ich auch schon mal erwähnt. Ich möchte hier einfach einen besseren Überblick haben. Wenn hier irgendwelche Tiere aus dem Wald kommen, dass wir die auch sehen. Das ist so ein bisschen wie beim richtigen, wie bei der richtigen Jagd. Bin letztens auf Treibjagd gewesen. Als Treiber, habe ich ja erzählt. Und ein Jäger hat ja, wenn er zur Jagd geht, immer seinen Hochsitz dabei. Sein Hochsitz dabei sei es schon. Steigt auf seinen Hochsitz. Und dieser Hochsitz ist in aller Regel vor einer freien Fläche, damit auch wirklich viel sehen kann. Und das sollten wir vielleicht auch noch ein bisschen mehr forcieren, dass wir hier auch einen guten Überblick haben über unser Gelände rund ums Haus, damit wir auch schnell Tiere erlegen können, wenn wir welche brauchen. Denn, auch das erwähne ich nochmal, ich habe es nicht vergessen, wir wollen ja auch einen Grill bauen. Einen Grill, um unser rohes Fleisch oder Speck oder was auch immer das ist. Hä, wo ist er jetzt? Elch? Da. Äh. Mein Problem ist, dass ich mich derzeit noch nicht wirklich traue, in den Wald zu laufen. Weil. Warum flüstere ich jetzt eigentlich? weil wir noch nicht so gut gerüstet sind, um gegen die wilden Tiere, die dort sind, zu bestehen. Allen voran Bären, die nicht weit weg von hier sind, die ich hier auch schon gesehen habe. Da hinten ist der Elch. Jagdfieber. Nee, ach, was heißt hier Elch? Hallo? Moment. Moment. .